Hallo, mein Name ist Jessica Goldbach von Goldbachs Grabbäckerei und wir möchten uns ganz herzlich bei unseren treuen Stammkunden bedanken, dass sie uns so sehr durch diese Zeit geholfen haben und dass ihr uns alle besucht habt bei unseren Tagesplätzen und ihr habt uns wirklich geholfen durchzuhalten und auch nächstes Jahr wollen wir weiterhin bei den Tagesplätzen bleiben und hoffen, dass ihr uns weiterhin besucht. Vielen Dank und bleibt gesund! Aschaffenburg steht zusammen, eine Initiative des Stadtmarketings Aschaffenburg. Radio Primavera und der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Gemeinsam da durch!